Wie so ein Penner in so einem... Oh, ich kann nicht mehr. Juli. Pass auf. Ich behalte dich im Augen, Freunde. Der bugglige Nachbar. Ich geh jetzt weiter. Was gibt's an so zu glatzen? Boah, ich sterbe gerade. Ich sterbe gerade. Einfach mal. Ich brauch Essen. Ich auch. Juli, du bist der Bauer. Komm hier. Denke dran. Denke dran. Denke dran, Frau Riechen. Nein, 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 nein. So nicht. Ali. Hier. Hier, Fleisch. Ja, geil. Musst du auch aufsammeln. Oh, ich bin so alt. Ich komm nicht zu viel. Was glotzt du so? Oh, mein Lachgetriebe. So, jetzt verpisst euch. Ja, hallo Leute, wir sinds wieder. Ja, willkommen. Geben wir uns aber zurück. Zurück. In Mittelerne. Was? Sei jetzt. Sei. Produktin. Hauptsache, hier ist noch von Leon sauf, Orgelig, die Lügeberreste. Ach man, als Maul Ali. Ich geh doch wieder weiter Bäume fällen. Ich kann mir gleich ne schäbige Hütte bauen, aber die wir gleich noch nicht schauen. Wir sind ein richtiges Dreckshaus, wie Leon und ich das mal viel zu wiesen haben. Oh ja, das ist aber toll. Mit den Hühnchen. Wie hieß das nochmal? Dennis. Dennis. Wo wir jetzt das Kloster nach Gornad haben. Aber auch von anderen Grundstücken, ne? Ja. Ja, ja. Das waren noch Zeiten. Hat aber keiner geguckt von euch. Ich glaube keiner, der das Video jetzt guckt hat, jemals ist wie zu wiesbrechen. Ich glaube, das hat 20 auch geguckt. Oder so. Ich hab mal nachgeguckt. Man kann ja nachgucken, wie lange die Zuschauerbende bist. Ich glaube, nicht hat da ein Zuschauer 10 gekuckt. Aber Juni, das Schlimme ist, Juni hat davon ja nicht mal erzählt. was die Projekt machen. Das war auch in den Ferien noch. Da wart die, glaube ich, sogar weg. Nein, ja doch. Nein, ja doch. Auf einmal kam dann halt so ein ödes Vizeprojekt, was auch noch richtig scheiße nebenbei war. Ja, wenn wir das Megaprojekt damals gesehen haben, wollten wir unbedingt auch bei so Vizeprojekte Ich hab Salpeter. Das freut mich. Ich hab Peter Salpeter. Irgendjemand hat letztens Salpeter gesagt. Salpeter. Salpeter. Das hätte ich sein können, aber habe ich nicht gesagt. Wie war das ganz echt du sein? Oh, Timi, bin ich so eine Nusche. Ohne Witz. Ich auch. Ich suche mir jetzt, glaube ich, einen Ort, wo ich leben möchte. Aber nicht so weit weg, ne? Wir waren in Afrika. Ich will auch gerne weiter im Wald wohnen, aber das machen wir noch. Wir machen Waldbrand. Hier gehört die Lichtung hier, ne? Was machen wir? Waldbrandwohnen. Oh mein Gott. Wieso? Kennst du es nicht? Ja klar, aber ich will doch nicht den Wald abrohnen hier. Klar. Ja. Du sollst hier so weit weg sind, wir können es eh wieder nicht zurück zu. Lass mich doch einfach mal gucken. Boah, ich such gerade eine Höhle. Ich hab irgendwas gefunden. Hier wär's cool, aber es ist so dunkel. Ich hab Peter, Salz. Ich hab Peter. Hier wär's cool, so eine kleine Bärkütte eigentlich. Äh, so kleine Bär, so eine kleine Waldhütte. Junge, du wolltest doch Bauern eigentlich. Dann such dir mal lieber Flachland. Ich dachte auch erst, wir wollten eine Mine bauen oder doch nicht? Ja doch, aber jetzt noch nicht. Das machen wir, wenn wir irgendwann keine Höhle mehr haben. Ich hab aber jetzt schon gar nicht. Ich auch nicht. Dann bau dir ein Dreckshaus! Hauptsache, ich krieg nur auf den Fressen, der Leon. Ja, Leon, du genauso, ey. Wormeln unter. Entschuldige für die Kopfhörer benutzt. Guckt es doch eh nicht. Ey, das ist irgendwie hier zwischen meinen Standarddruck geworden. Guckt es doch eh nicht. Oh, hot da. Eigentlich könnten wir die ersten fünf Sekunden machen und die letzten fünf Sekunden. Und dann werden wir in den Kommentaren schreiben. Super Video! Fuck, hinter mir war auch noch eine Werkbank, Alter. Egal. Ich hab keine Ahnung, wo ich meine kleine Bude immer und so. Jetzt wird's Tag jetzt auch ein Apfel. Ach, boi, Joni, darf ich dir noch gleich was zeigen? Was denn? Das wollte ich dir grad mal zeigen. Ich wollte dir mal was beibringen. Guck mal, Joni, wenn du craftest, ne? Das durch vier Teilen, dann machst du nicht so. Ja? Das hat aber auch gepasst an der Stelle. Ja, aber trotzdem. Am Rand, ne? Dann hältst du einfach linke... Ah, ne. Die Maustaste bei... Ah, ne. Hä? Ist das noch nicht mehr umgedreht? Das ist ja krass, Arley. So, und dann machst du so. Ja? Soll ich einmal auch was probieren? Linke Maustaste gedrückt halten. Einfach. Mann, ey. Das regt mich immer auf, wenn ich das sehe. Geil, wa? Oh, ja. Das könnte ich eigentlich die ganze Folge machen. Ich geh nochmal an die Stelle hin, wo ich eben war, wo es Nacht war. Falls ich die auch wieder finde. Ich hab Zinn. Ich nicht. Ich auch nicht. Ich hab immer noch Bier, starkes Bier sogar. Ach, da war die Stelle. Alles ist auch tagsüber dunkel gegen den ganzen Bäumen. Oder ich flette auf so ein Baum. Guck mal, die Bäume da zum Krühen. Jo, die sind geil. Aber ich mein, du bist jetzt so wieder am Arsch der Welt, Alter. Nein. Ist so da oben? Guck mal, hier unten. Okay, da ist der Turm, okay. Generell erstmal den Turm wieder hier aufrüsten. Wie heißt das nochmal? Referieren? Ne, es gibt auch so ein cooles Wort für. Nicht renovieren, so ähnlich. Restaurieren. Genau. Lass den Turm restaurieren. Das können wir aber auch erst machen, weil keine Hobbies mehr haben. Ja, ihr habt doch keine Hobbies dachten. Ja, aber so weit bin ich ja damit los. Ich grenze jetzt mein Gebiet ab. Hallo Nachbar. Geh weg. Uri. Guck mal. Neig mal deinen Kopf nach unten. Mach mal so. Oh, doch nicht. Mach mal deinen Kopf nach unten. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Mach mal, mach mal. Hier ist doch ein Krückstock für dich. Ui. Also damals. War alles anders. Damals. Alles anders. Damals. Alles anders. Hat das nicht Tobi auch mal? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Ja doch. Guck mal Lehmann an. Guck mal Lehmann an. Lehmann. Guck mal. Guck mich an. Wum. 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 Wie in so einem kleinen System, Alter. So ein jemand für Kindergeburtstage. Wie ich die Hand hatte. So ein richtiger Fett. Wir wollten ja Twicky. So wie so ein Fett in so einem Kuss. Wum. Wo ich kann nicht mehr. Hier? Wum. Es geht nicht mehr. Wum. ganz ausgegotzen. Boah, ich sterbe gerade. Ich sterbe gerade. Einfach mal. Ich brauche essen. Ich auch. Joli, hier, du bist der Bauer. Komm, hier. Ganz an. Denke dran, du. Denke dran, Frau. Nein, 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 nein. So nicht. Oh. Oh, Ali. Hier. Hier, Fleisch. Ja, geil. Musst du auch aufsammeln. Oh, ich bin so alt. Ich komme nicht zufrieden. Oh. Ich helfe dir. Was glotzt du so? Okay. Oh, mein Lachgetriebe. So, jetzt verpisst du euch. Guck mal, mein Essen an. Guck mal, wie ich esse. Warte. Pass auf. Oh, Björn, geh weg. Boah, mein Magen tat mein ganzes Leben und die Sonne weh, glaube ich. Komm, ich kämpfe. Pass auf, Joli. Ich bin der Exorzist. Bleib einfach so. Okay. Ich bleib euch immer im Auge, oh. Immer im Auge. Ich wollte nochmal gucken. Okay. Ich kann einfach nicht mehr. Okay, jetzt ist gut. Oh, ich habe mein Schwert weggeschmissen. Die Hälfte der Folge ist rum, glaube ich, ne? Jetzt runter von meinem Rundstück. Okay, jetzt ist gut. Freundes. Ich bin der Ur. Ey. Willst du sterben? Nein. Du bist dein Nachbar. Freundchen, du kommst jetzt hierhin. Du kommst jetzt hierhin und trittst das wieder kaputt. Und dabei behalte ich dich ganz genau im Auge, Freundchen. Wie Leon bei so einer Arbeit einfach mithelfen möchte. Weil euch gerade Beine im Auge. Meine Spitzhacke. Guck, wie ich von der Seite auskomme. Yo, Leon, deine Scheiße liegt. Okay, jetzt ist gut. Heute wird die Folge etwas länger. Die Folge läuft nur noch fünf Minuten. Oh, eine Spitzhacke, nice. Ich weiß gar nicht mehr, was ich machen wollte. Ich wollte gar nichts machen. Ach, eine Fackel wollte ich holen. Leon. Hast du an Leon gehört? Nö. Ich sag so, ich weiß gar nicht mehr, was ich machen wollte. Leon so. Ich wollte gar nichts machen. Oh, das tut so weh in meinem Magen. Oh, den Herrn behalte ich. Ich kann sie gar nicht mehr, Alter. Ich glaube, ich habe dieses Jahr noch nie so gelacht wie jetzt gerade. Echt? Okay, Arl, ich habe gerade wieder den Scheißfehler gemacht wie eben. Verprügel mich nicht. Ich lerne jetzt daraus. Du, ich balte dich immer im Auge, ne? Dreh dich gleich nach links um. Okay, das geht. Was willst du machen? Leitern. Komm, das war mit mehreren Stacks. Da ist das noch vertretbar. Nein. Natürlich. Mann, ist gut jetzt. Das hat man leitern. Nö. Jetzt reicht's. Und Leon dahin. Warte, geht das? Lauf mal. Bitte, komm mal her. Lauf mal einfach mitten durchs Feuer. Pass auf, jetzt rechnen wir es mal. Ich bin so einfach gebreichlich. Bin zu blöd. Okay, jetzt ist gut. Warte, Juni. Jetzt kommt der Kuh bei der Sling. Guck mal, ich kann über die Kante gucken. Pass auf, ich kann mich gut verstecken. Ey. Juni. Warte mal, ich hab keinen Bock mehr auf deine Visage. Okay, jetzt hör auf. Jetzt reicht's. Die Folge wird heute noch länger. Ey, da ist wieder der Ost. Jetzt pass auf, Ost. 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 Los, da hinten ist Neptun. Neptun. Warte mal, ich hol Neptun. Neptun, komm. Ein letzter Kampf noch. Dann stirbst du eh. Ich schwirr vor, der verbrügelt den jetzt. Neptun. War das auch diese Folge? War das auch diese Folge? Nee, letzte Folge. Gut. Wie soll man so eine Arena bauen? Ey, jetzt wuchs er mich mit seinem Bier. Hier. Töte ihn noch nicht. Töte ihn noch nicht. Leon, hol Neptun hin. Du verfiss dich. Er verfolgt mich eh. Er verfolgt mich eh. Dann lauf zu Neptun. Jetzt. Neptun, los. Los. Wie Brüder, Alter. Wir machen Frieden. Wie soll alle gegen dich gehen, ne? Boah, du frisch mich auf! Neptun, wer... Ich hab keine Lust mehr, mit dir zu reden. Beobachte Neptun. So, jetzt. Komm, jetzt. Wie geht's vor? Jetzt noch mal 5 Minuten produktiv. Hier ist noch mal ein Horst. Okay, die Folge wird eh schon noch. Das ist mir egal. Nee, ist egal. Heute kommen 2 Folgen. So machen wir es. Nein! Bist du behindert? Ich hab Zucker von Horst bekommen. Leute, nächste Folge wird wirklich produktiv, Alter. In der nächsten Folge geh ich auf den Baum und guck mir die Aussicht von da oben aus an. Und jetzt wird Morst noch mal leiden. Komm, Neptun. Komm, gib ihm! Schelle! Wir müssen beide einmal anhitten. Oh. Ah! Was? Ich tötet für ihn. Töt ihn. Töt nicht den... Drei. Zack, Mann. Neptun. Ich tötet nicht Neptun. Was denkst du denn von mir? Was du Neptun tötest? Handy? Hier, da steht. Hat sein Feuer mit so einem Speer hinten. Ahahaha. Das ist so lustig jetzt. Hast du mich gerade gebobsen? Ja. Ich hab noch ein Leben geweckt. Schwör. Weißt du, eh nicht. Das ist jetzt neben dir, ich Idiot. Du sollst dich einfach verpissen. Wir sind Nachbarn jetzt, ne? Hallo, Nachbar. Das ist mir völlig egal. Wo ist hier dunkel? Ich weiß, dass ich fackeln mitnehmen wollte, aber ich hab viel zu viel hier nicht. Jony, was machst du gerade? Kacke. Was denn? Weiß ich nicht. Guck mal, Juni. Ich geh jetzt hier den Baum hoch. Pass auf, Juni. Hey, wo bist du? Juni, bist du bereit? Ja. Was machst du? Ich guck grad bei dir. Oh, ein Schild. Juni, weißt du, was wir nochmal bauen müssen? Baumhaus. Ja, ich bin doch gerade hier dabei, hochzugehen. Wo denn? Zeig ich dir gleich, okay? Nein! Jetzt! Die Folge ist doch jetzt eh vorbei. Jetzt! Okay, ich hol dich da jetzt noch ab, Mann. Geh zu Ali hin, okay? Ich bin bei Ali. Siehst du mich schon auf der Dings? Nein. Siehst du, du musst doch wohl meinen Namen irgendwo sehen, Alter. Ich seh euch beide. Ich bin gar nicht. Du bist nicht mehr als hier bei Ali. Aha, ich bin nicht mehr als hier bei Ali. Ich stehe mal, ja, komm. Hier, komm mit, Fleisch, komm her, Steakie, Steakie. Du hast mein Fleisch jetzt. Ich zeige dir auch nur noch kurz, wo wir jetzt hochgehen. Danach beendet ich die Folge. Viel Spaß beim Wegraum, ne? Das ist auch voll chillig, da hab ich voll Bock daraus so einen schönen Fels und einen schönen Steinweg gehen zu bauen. So, hier geht's den Baum hoch. Oh, mach mal eigentlich noch. Fall jetzt schon mal rein. Ich baue ihn zu hoch. Wow, ey. Ich bin aber nicht fertig. Ich muss doch die ganze Zeit lachen über dein Aussehen, Alter. Der Box klickt. Das ist Fleisch. Okay, Leon, das macht meine nächste Folge. Ich muss dabei sein, wenn wir oben sind. Okay, ist zum nächsten Mal. Tschüss. гу.